Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 13.12.2023. Es ist elf und eine Minute und ich bin seit neun Uhr auf den Beinen. Vorher bin ich nicht aufgestanden, auch wenn um sieben Uhr, weiß ich schon, das Gehämmer im Hinterhof losging. Ich hatte gehofft, dass die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Hier stand ja ein Gerüst, zwei Monate, die haben die Fassaden neu gemacht, neu gedämmt und dann gestrichen und die Wasserrohre, also die Wasserrinnen wieder dran gemacht. Und jetzt waren zwei Wochen Ruhe und jetzt machen die anscheinend alle Fenster neu. Das heißt, die sind in den Wohnungen der jeweiligen Mieter, machen die Fenster offen, machen dann die Rahmen da irgendwie neu und die Fensterbretter und so weiter. Und damit haben sie heute um 37.00 Uhr angefangen und ich wollte erst um 10.00 Uhr aufstehen und ich denke so, oh nee, was ist das denn? Nebenan schrie da noch das Kind, Ohrstöpsel rein bis 8.30 Uhr. Konnte ich dann noch so ein bisschen abruhen, eine Stunde und dann bin ich trotzdem irgendwie aufgestanden um neun. Aber wir wollen nicht jammern, neun Uhr ist eigentlich schon sehr luxuriös. Ich entwöhne mich auch langsam von dem sechs Uhr wach werden, um sieben Uhr zu arbeiten oder so. Urlaub ist schon mal fein. Aber da die jetzt erst im Erdgeschoss sind und sich dann Stück für Stück hocharbeiten werden, werde ich das wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen noch haben. Weiß nicht, ob man das gerade hört. Ich schlafe zum Glück mit geschlossenem Fenster, von daher war es nicht ganz so schlimm. Aber Punkt 37 ging es halt los. Das willst du machen, ne? Die wollen halt auch ihre Aufgaben erledigt haben und naja. Ja, ansonsten war gestern ein schöner Tag. Heute wird auch ein schöner Tag. Gestern haben wir Cyberpunk nun letztendlich doch zu Ende gespielt. Es ist erstaunlich, dass ich nochmal vier Stunden Streamzeit aus dem Spiel gekriegt habe, obwohl ich den Abspann gesehen habe und mir dachte so, ah, das war ja dann der Abspann vom DLC, was ja auch okay gewesen wäre. Aber durch den DLC hast du irgendwie die Möglichkeit, ein weiteres Ende in dem Spiel zu sehen. Und ich habe mir sozusagen in dem Run, da ich ja nur DLC gespielt habe, den Rest der Stories alles gespart und habe halt gesagt, okay, helft mir. Johnny muss weg und helft mir. Und das hatte zur Folge, dass ich zwar überlebt habe, zwei Jahre im Kummer lag, also mein Charakter, aber danach ein NPC war. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nicht mehr kämpfen, ich konnte meine ganze Cyberware nicht mehr verwenden. Das war echt bitter, war sehr emotional und berührend, wie dann Wee, der ja am Anfang sozusagen aus der Masse raussticht und sich zu etwas entwickelt, wie er dann am Ende der Videosequenz einfach, der steht da, wird von jemandem angerempelt und guckt dann noch so, dreht sich um und verschwindet in der Masse der vielen Menschen und ist dann nur noch ein ganz gewöhnlicher Bewohner von Night City. Das ist schon cool, bittersweet nennt man das, glaube ich, aber irgendwo auch heftig. Ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Alan Wake haben wir gestern weitergespielt, haben uns weiter ein bisschen gegruselt. Ja, und heute ist kein Stream, denn heute um 13 Uhr werde ich, oder wann fahre ich heute? Ich habe doch das irgendwo geschrieben. Um 12.41 Uhr oder 12.46 Uhr fahre ich nach Oranienburg. Ich glaube, ich werde 12.41 Uhr den RE5 vom Bazarplatz nehmen. Das heißt so hier, naja, zwölf, viertel eins losgehen und dann mit dem Zug nach Oranienburg zu Nadine. Da kriege ich heute die Haare geschnitten und danach werde ich direkt in die Firma und da ist ja heute Weihnachtsfeier. Ja, so ab 16, 17 Uhr irgendwas in dem Dreh. 14 Uhr ist der Friseurtermin, vielleicht auch ein bisschen später, dann fahre ich 15 Uhr zurück, dann bin ich ja so 16 Uhr in der Firma. Das sollte passen. Ja, das ist der Plan für heute. Jetzt werde ich mir noch Brötchen holen von unten und frühstücken und vielleicht noch eine Folge von irgendeiner Serie gucken oder einfach Streams gucken, mal schauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, morgen beim täglichen Vlog und dann beim Zocken. Morgen gibt es, da ja Cyberpunk jetzt beendet ist, Spider-Man. Spider-Man 2, drei Hauptquests habe ich glaube ich noch. Gucken wir mal, ob ich die vielleicht diese Woche morgen, also Donnerstag und Freitag Vormittag vielleicht sogar beendet kriege. Wer weiß das schon, ne? Ja, gut. Ne, das ist es eigentlich von mir. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Mittwoch, ein schönes Bergfest. Kommt gut durch den Tag. Drückt mir die Daumen, dass ich gut nach Oranienburg komme und wieder zurück. Und wie gesagt, wir hören uns dann morgen wieder. Lass dich nicht ärgern. Bis bald. Tschüss.